Hallo und herzlich willkommen bei Heimkino Raum, euren Fachhändler für Home-Entertainment-Lösungen, die begeistern. Und wir schließen heute gemeinsam einen AV-Receiver an. Wie ihr sehen könnt, ist ja die Anzahl der Anschlüsse hier schon fast überwältigend. Aber macht euch keine Sorge, ich führe euch Schritt für Schritt durch die Anschlüsse und die Möglichkeiten dieses AV-Receivers, dass ihr euer Heimkino schnell und einfach in Betrieb nehmen könnt. Beginnen wir also zuerst mit den Lautsprecheranschlüssen. Wir installieren heute ein 5.1.2 Dolby Atmos-System, fünf Lautsprecher auf der unteren Ebene, ein Subwoofer und zwei Decken-Lautsprecher, die wir hier eben in Betrieb nehmen möchten. Der AV-Receiver hat elf Anschlüsse, neun Endstufen. Lasst euch davon nicht beirren, so viel brauchen wir gar nicht. Wir fangen jetzt erstmal damit an, unsere Lautsprecher zu sortieren. Ich habe hier also unglaublich viele Kabel hier vor mir liegen und da kommen wir erstmal zum ersten Tipp. Weil wenn ihr nicht wisst, welches Kabel zu welchem Lautsprecher gehört, was dann passiert, wenn ihr ja alles schon installiert habt, dann gibt es schon mal den ersten Tipp für euch. Ihr könnt euch eine Batterie nehmen und die hier tatsächlich einfach ansetzen an die Kabel und dann, wie ihr hört, ertönt ein Geräusch aus meinem Lautsprecher. Und so kann ich jetzt sofort sagen, okay, das ist mein Front-Left, mein Lautsprecher für vorne links und kann den hier eben anschließen. Das ist ja sehr simpel, weil sich das Ganze hier einfach reinstecken lässt. Aber zuallererst, die Terminals an eurem AV-Receiver und an dem Lautsprecher sind blockiert. Da sind Plastikeinsätze, die muss man noch kurz rausholen und dann lässt sich das auch einfach anschließen. Ich habe es hier natürlich sehr, sehr einfach, weil ich Lautsprecherkabel mit Bananenstecker im Betrieb habe. Die meisten von euch finden das wahrscheinlich so nicht vor. Da sieht das Ganze wahrscheinlich erst mal so aus. Und ich zeige euch mal kurz, wie ihr so ein Kabel isoliert. Ein bisschen passt natürlich auch beim Isolieren, dass ihr euch nicht schneidet. Meine Technik sieht wie folgt aus. Ich lege jetzt hier das Kabel auf meine Klinge und rolle das ganz leicht und vorsichtig, weil das Messer eh so scharf ist, hier drüber und kann das Ganze dann ganz simpel eben lösen. Nachdem wir das Kabel also abisoliert haben, verdrillen wir die Kupferlitzen miteinander, dass sie also hier wirklich eine feste Masse bilden. Und dann können wir das Ganze auch in den Lautsprecher-Terminal einführen. Natürlich, ihr seht hier rot und schwarz, positiv und negativ. Wir müssen das Ganze natürlich richtig verkabeln, Lautsprecher-seitig und AV-Receiver-seitig. Also rot auf rot, das findet ihr auch an eurem Lautsprecher so vor. Und schwarz auf schwarz, ganz, ganz simpel. Aber was ist denn hier rot und was ist denn schwarz, wenn das Ganze nicht markiert worden ist? Es ist so, im Endeffekt kommt es ja aufs Gleiche raus, sind einfach zwei äquivalente Kupferstränge. Letztendlich nehmen wir aber immer das markierte Kabel als rotes Kabel. Das ist also hier die positive Seite. Hier steht jetzt zum Beispiel eine Produktbezeichnung drauf. Und das Prinzip gehen wir dann durch die ganzen Lautsprecher-Anschlüsse durch. Das, wo jetzt eine Beschriftung drauf ist, manchmal ist es auch zum Beispiel mit einem schwarzen Strich markiert. Das ist immer die rote Seite, wenn ihr es natürlich nicht schon eben so an eurem Lautsprecher-Kabel vorfindet mit rot und schwarz. Also die markierte Seite würden wir jetzt hier in den roten Terminal einführen und aufpassen, dass auch keine Litze irgendwie raussteht, sondern die ganzen Litzen hier sauber eingeführt werden. Und dann wird das Ganze auch schon zugedreht und der Lautsprecher wäre dann hier so ganz normal verkabelt. Unser Lautsprechersystem ist angeschlossen. Lautsprecher sind passive Elemente. Die werden also eben an die Endstufen hier angeschlossen. Aber unser Subwoofer, der hat ja eine Endstufe integriert. Der braucht also nur noch das Signal. Und hierfür gibt es die Pre-Out-Sektion. Da kann man eben das Signal, was hier anliegt, an Endstufen anschließen. Zum Beispiel Stereo-Endstufen, Mehrkanal-Endstufen für mehr Leistung eures Systems. Der hier hat eine sehr große Endstufensektion, Pre-Out-Sektion. Hier kann man sehr viele Endstufen anschließen. In dem Fall wollen wir nur den Subwoofer verkabeln. Und hier finden wir unter Pre-Out eben Subwoofer 1 und 2. Ich habe nur einen Subwoofer. Der kommt an den ersten Anschluss. Zack, angesteckt, Subwoofer verkabelt. So, bevor wir eben hier oben an den HDMI-Schnittstellen unsere ganzen Geräte anschließen, kommen wir aber nochmal zu den analogen oder auch eben digitalen Schnittstellen. Wir können jetzt hier an Phono nämlich unseren Plattenspieler anschließen. Und das machen wir natürlich auch. Wenn euer Plattenspieler kein Kabel mit einer Erdung hat, das ist dieses Kabel, dann müsst ihr den Plattenspieler einfach an die normalen Analog-Eingänge anschließen. Hier zum Beispiel ausgeschildert mit CD, Game. Und wenn euer Plattenspieler aber ein Erdungskabel hat, dann muss er natürlich auch an den Phono-Anschluss, wo ihr eben auch hier den Erdungsanschluss vorfindet. So, weil wenn euer Plattenspieler dieses Kabel nicht hat, sondern nur so, das bedeutet, dass euer Plattenspieler einen Phono-Anschluss schon integriert hat. Und dann könnt ihr das direkt anschließen. Wir schließen das jetzt hier aber an den Phono-Eingang des AV-Rezeavers an. Und schon ist unser Plattenspieler auch hier sauber verbunden. Ich habe aber auch noch einen CD-Spieler und der kommt an unsere normalen Analogen-Eingänge. Ich habe hier fünf Stück und das Schöne ist, dass bei Denon und Marantz hier zum Beispiel schon diese ganzen Eingänge auch vorbenannt sind. Das macht es uns sehr, sehr einfach auf der Fernbedienung und uns im Menü immer zurechtzufinden. Ich stecke den jetzt also auf den Eingang, der CD benannt ist. Das ist der Eingang Nummer 5. Und dann weiß ich, beim vorbenannten Eingang CD ist auch ein CD-Spieler dran. Ich muss da nichts selber umbenennen. So ist das Ganze sehr sinnvoll und logisch aufgebaut. Und hier oben hätten wir zum Beispiel auch Digitaleingänge. Wenn ihr also Geräte habt mit digitalen Ausgängen, also ein Koaxial oder zum Beispiel ein Toslink-Kabel. Man kann also einen Blu-Ray-Player hier auch digital per Toslink anschließen. Dann würdet ihr das hier oben machen können. Und die restlichen Anschlüsse hier, das war es eigentlich schon. Wir haben nämlich hier noch jetzt wirklich alte, analoge Video-Eingänge für eine Super Nintendo zum Beispiel. Wäre sehr, sehr cool. Und auch Komponent-Video-Ausgänge für einen Röhrenfernseher. Das findet man beim meisten auf Faro-Sieben eigentlich nicht mehr. Der hat das noch, aber somit sind wir eigentlich durch, was das Ganze anbelangt. Wir kommen jetzt hier noch zu den HDMI-Eingängen. Wir kommen jetzt schon zum Schluss und schließen die letzten Geräte hier per HDMI an. Und HDMI überträgt ja Bild und Ton. Damit ist also heutzutage an sich schon alles geregelt. Und wir beginnen mit unserem Fernseher oder Projektor. Und der muss an den HDMI-Ausgang, weil das Signal vom AV-Receiver weitergeleitet wird zu unserem Display. Der AV-Receiver hätte hier drei Stück. Und wir nutzen den Monitor-1-Ausgang. Das ist der Hauptausgang. Der ist auch mit EARC, ARC eben ausgeschildert. Und das Ganze ist so schon verkabelt. Ja, die anderen zwei Ausgänge wären jetzt für den zweiten Display, für eine zweite Zone. Wir haben es ganz einfach, ein Display-Ausgang Nummer 1. Dann habe ich hier meine PlayStation 5. Und die schließe ich jetzt hier an den Eingang, HDMI-Eingang Nummer 5 an. Weil das ist auch der Eingang, der hier mit Game ausgeschildert ist. Ihr könnt natürlich jeden Eingang ja frei wählen und den auch selber manuell umbenennen. Wichtig ist natürlich hier PlayStation 5, HDMI 2.1. Wenn euer AV-Receiver also hier das ausgeschildert hat oder halt nur eine spezielle Anzahl an HDMI 2.1-Eingängen zum Beispiel hat, dass ihr das auch wirklich da anschließt für volle Kompatibilität. Und dann habe ich hier noch mein Apple TV, mein Streaming-Gerät. Und den könnte ich jetzt hier zum Beispiel an den Media Player Nummer 4 anschließen. In Summe ist das Ganze jetzt schon verkabelt. Beamer an Ausgang und an die Eingänge meine Quellgeräte. Ich habe hier jetzt noch genug Platz für DVD, Blu-Ray, noch mal CD-Spieler oder auf Eingang 1 ein Kabel-Receiver. Wie gesagt, schließt das an, wo ihr möchtet. Mit den vorbenannten Eingängen ist es natürlich sehr übersichtlich. Jetzt müsst ihr euren AV-Receiver natürlich nur noch an den Strom stecken. Und dann sollte das Ganze reibungslos funktionieren. Und wenn ihr euch mehr mit dem Thema Heimkino zu Hause im Wohnzimmer auseinandersetzen möchtet, schaut gerne auf unserem Kanal vorbei. Da findet ihr viele coole Videos, Reviews zu Afro-Receivern etc. Lasst gerne ein Abo da und wir sehen uns beim nächsten Mal.